Der Angeklagte hat die Tat aus niederen Beweggründen begangen. Er hat die Opfer kaltblütig ermordet, nur eine angebliche kriminelle Organisation zu schützen. Er ist daher in allen Anklagepunkten schuldig zu sprechen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Vielen Dank. Im Namen des Volkes ergibt folgendes Urteil. Der Patient ist tot. Ungefähr halbes Pfund Plastik-Sprechstoff. Jetzt stehen sie da nicht rum und halten alles auf. Ich will jetzt ins Bett und aufbissen. Ja, ja. Ich brauch dann jetzt natürlich kaum noch nach Feindenfragen oder nach irgendwelchen Leuten, die ein Motiv hätten, ihnen etwas anzutun, oder? Da gibt's mit Sicherheit einige, die rausgekommen sind. Da ist gestern jemand rumgeschlichen. Stopp! Polizei! Hey, 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 Bulle! Ganz langsam! Das ist... Das kennt er nicht, oder? Hallo! Nein! Au! Gescheit Haferl! Das darf doch nicht wahr sein! Was ist denn da los? Wartet! Was ist denn da los? Aber das kann ja nur noch mal sein. Das kann ja nur noch mal sein. Aber das kann ja nur noch mal sein. Vielen Dank.